Ja, guten Tag, meine lieben Abonnenten, Freunde vom Balzer-Kanal. Denkt dran, wie immer, erst mal abonnieren. Ja, heute sind wir sehr idyllisch unterwegs, wenn ihr mal schaut. Wir sind hier am kleinen Baggersee am Niederrhein und wir haben vor, mit der Segelpose Raubfische zu fangen. Speziell, ja speziell, alles, eigentlich was geht. Zander, Barsch, Hecht. Wir schauen mal, wie es läuft. Ich habe schon ein bisschen rumgerödelt, unsere Klamotten liegen schon unten am Wasser. Ja, jetzt hoffen wir mal, drückt uns mal die Daumen, dass es funktioniert. Ihr seid, wir gehen los. Ihr seid dabei. Wie gesagt, achtet drauf, wenn der Köderfische nimmt, ist... Leeroy? Nee. Ich wünsche dir gut für Segelpose. Dreht gerade ständig so leicht. Mit dem Köderfisch kann ich schnell bin ich. Da ist einer dabei. Danke, hängt. Ja, hängt. Wo ist der, ne? Ja. Geiler Fisch. Oh, der nächste Fisch. Und da hat dieser Zahn bei mir gewissen. Jo, ich bin ein bisschen stressig heute Morgen. Wir sind jetzt kurz vor der Beißzeit hier. Ich kenne den See, ich weiß ja ungefähr, wann es hier mal losgeht. Darum sind wir jetzt gerade ein bisschen am Wusselig hier und muss schnell, schnell gehen. Weil wir so kurz nach neun, zehn Uhr rum geht es hier mal los. Ja, und auf die Taktiken und was wir alles gemacht haben, gehen wir später ein. Jetzt geben wir erstmal zu, dass wir die Angeln reinkriegen. Weil nur ein Haken im Wasser fängt Fisch, ne? Ja, ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, die Stelle. Da, wo ich eigentlich hin wollte, um mit den Wind zu fischen, mit den Segelposen, sitzt ein Kollege auf Kaufmann angeln. Na ja, haben die Plätze ja nicht gepachtet, ne? Müssen wir zusehen mit dem, wo wir klarkommen. Ja, zur Stelle hier, hier rechts geht es in einen anderen Teil vom See. Und wir versuchen jetzt hier, diesen Einlauf abzufischen. Dafür eignen sich die Segelposen natürlich super. Kann man schön raustreiben lassen. Jetzt haben wir den Wind von der Seite. Müssen wir aufpassen, der Wind dreht gerade ständig so leicht, weil heute Mittag sind starke Unwetter gemeldet. Und vorm Gewitter hast du schon mal schnell, dass der Wind ständig dreht. Na ja, jetzt müssen wir halt mit den Begebenheiten erstmal klarkommen. Ja, wir fischen hier halt von links nach rechts mit dem Wind halt, ne, in diesen Durchstieg rein. Und mit den Segelposen funktioniert natürlich recht gut, weil die suchen schön die ganzen Wasserflächen ab. Sind auch wieder mit leichten Deckeln unterwegs, damit wir schnell wechseln können, wenn irgendwas anders wird, ne, Wind oder wie auch immer. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir einen Biss oder einen Fisch kriegen und dann melden wir uns wieder. So, jetzt haben wir hier drei, vier Stunden gesessen, drei glaube ich, und tatsächlich nichts großartig. Einmal ganz kurz hat es gerupft, aber dann Biss war, keine Ahnung. Na ja, auf jeden Fall haben wir uns entschlossen, Platz zu wechseln, beziehungsweise Gewässer zu wechseln, woanders mal probieren. Ich meine, die Verhältnisse sind gerade nicht top für Hecht. Wir haben so ein schwül warmes Wetter, wir sollten wahrscheinlich besser auf Aal angeln. Aber jetzt haben wir uns auf Hecht umgerüstet und, ja, versuchen wir weiterhin auf Hecht. Ja, zum Montage noch eingehen. Die Hut wird schon mal ein bisschen herangedreht hier. Jeder kennt sie, die Matze-Koch-Pose, die Segel-Pose. Ich ziehe sie dann runter, weil das mir auch der Vorteil von der Schnur, egal wo ich ihn hinschalte. Auf Spannung bleibt die Pose hängen, kann man sogar schön zum Loten nehmen. Eigentlich ganz simpel. Ein Zwei-Hacken-Drilling-System. Ich habe jetzt 14 Gramm dran an 25 Gramm Pose. Stopperperle, Stopper oben. Ja, eigentlich ganz simpel. Und die befördere ich mal raus. Ich habe jetzt hier über 6 Meter Wasser mal bei 3 Meter gehabt. Viel tiefer würde ich jetzt noch gar nicht auf Hecht angeln, weil die Sprungstiche ist auch schon da bei 6 bis 7 Meter. Sprich jetzt hier im Baggerloch. Und das macht keinen Sinn, da Fische drunter zu suchen, weil das zu kalt. Das heißt, die stehen drin oder drüber. Und dann bleiben wir deutlich über den Hecht, weil immer von unten nach oben jagt. Also wie gesagt, ganz einfache Montage, nicht viel Schnickschnack. Aber hier war sie erfolglos. Jetzt rühre ich eben zusammen und dann gehen wir mal zur nächsten Stelle bzw. Gewässer. Ich denke mal, es wird mir ja so ein Altreinarm werden. Durchgängig flach und ich weiß, dass wir damit auch ganz gut Hechte unterwegs sind. Vielleicht läuft es da besser. Bis gleich. Ja, wir haben jetzt Klamotten zusammengepackt, sind auf dem Weg zum nächsten Gewässer. Ich habe mir gerade die Windrichtung nochmal angeguckt und fahre jetzt zum nächsten Teich. Deshalb haben wir mal kleines Gepäck mit, damit wir schnell größere, ja nicht größere Gewässerflächen, sondern mehrere Gewässer absuchen können. Und ja, hoffen wir mal, dass es jetzt an der neuen Stelle ein bisschen besser läuft. Ja, vorhin am Baggersee, habt ihr ja gesehen, hat der Wind sich ein bisschen gedreht. Erst kam er ganz gut, hat dann schön in den Durchstich reingeblasen mit den Segelposen. Aber nachher hat er sich weiter rumgedreht und stand uns am Gesicht. Und ja, ich habe da ein bisschen rumgeschaut und bin jetzt hier zum Altreinarm gefahren. Ihr könnt das sehen, der Wind steht optimal. Den haben wir schräg im Rücken stehen. Die Segelposen treiben fast bis zur anderen Seite. Das heißt, ich kann schön absuchen, mal wieder ein bisschen dran drehen, wieder ein bisschen treiben lassen. Das heißt, ich kann große Gewässerflächen absuchen. Ja, alles, was das fehlt, ist noch ein Hecht. Also hier sind nicht sehr tief, zwei Meter. Viel Kraut eigentlich, ich habe jetzt sehr flach gestöpselt und lasse quasi den Schwimmer über den Kraut drüber hertreiben. Ja, und gucken wir mal, ob die Hechte uns wohlgesonnen sind. Weil hier sind viele Hechte drauf. Wir waren ja öfters abends mal mit der Spinnenrute unterwegs. Haben dann mit Jerks oder mit Oberflächenködern Hechte gefangen. Und die Stelle wird auch immer von Karpfenanglern belegt. Deshalb bin ich froh, dass sie heute mal frei ist. Das heißt, hier kommt immer viel Futter rein. Viel Futter heißt viel Weißfisch. Viel Weißfisch heißt, die Räuber kommen. Also, stalken mal ein bisschen die Karpfenangler. Die werden sich freuen. Aber da, wo die immer sitzen, da ist auch Weißfisch. Durch das ewige, oder den ewigen Futtereintrag. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass meine Rechnung aufgeht und noch irgendwas passiert. Joa, zu allen Dübel fängt jetzt auch noch an zu regnen. Na gut, war ja so gemeldet, ne. Und wir haben aber eine coole Location. Wir sind direkt am Strandbad. Jetzt gehen wir oben einen Kaffee trinken. Von da oben können wir nicht die Schwimmer auch sehen. So, bis gleich. Also, vorhin haben wir uns noch beklagt mit dem Wind aus der falsche Richtung. Aber jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Wir haben viel zu viel Wind zum Segelposenangeln. Und sind gerade oben im Strandbad geflüchtet. Also, ihr seht, Angeln läuft nicht immer nach Plan. Jetzt kommt noch ein Hagel dabei. Naja, aber vielleicht beißen wir gleich, wenn wir da wieder einigermaßen runterkommen. Aber wir haben die Probe gekriegt. Wir sind safe. So, ihr habt es gesehen, hat mal ein Sturm, ein Regen, wie ich ihn hier selten erlebt habe. In dem ganzen Chaos hat man sogar noch ein Hecht drauf, den wir auch noch verloren haben. Na super, wenn es läuft, dann läuft es richtig. Naja, dann haben wir die richtige Chance wahrgenommen. Wir sind mit kleinem Gepäck unterwegs, sind eine Stelle weitergegangen. Haben jetzt hier auch noch mal probiert, aber jetzt sind wir mittlerweile auch schon wieder sieben Uhr halb acht. Die Sonne ist wieder da, vom Gewitter nichts mehr zu sehen. Aber wir geben jetzt auf. Aber wir geben nicht ganz auf, weil morgen früh sind wir wieder hier. Und ich will mit der Segelpose in Hecht fahren, verdammt nochmal. Und das werde ich auch schaffen. Ich meine, ist zwar nicht die optimale Jahreszeit, das Wetter ist gerade auch nicht so super. Für Hecht, sagen wir mal so, wir hätten lieber auf Aal gehen sollen. Wir sehen die ganze Zeit Schleien steigen und Karpfen und sind jetzt auch unterwegs. Aber nein, wir wollen jetzt in Hecht. Und morgen geht es weiter. Ihr bleibt mit dran. Wir sehen uns. Ja, wo rennst du rum? Du musst doch hier bleiben. Hast genug geschnüffelt, jetzt ist gut, ne? So, nun sind wir wieder hier an meinem Altwasser, wo wir gestern auch nochmal waren, wo wir von Unwetter her einen auf die Mütze gekriegt haben. Ja, jetzt seht ihr das, der Wind ist optimal. Deshalb sind wir auch wieder hier hingefahren. Und ja, probieren jetzt mal irgendwie da anzubinden, wo wir gestern aufgehört haben, verlorenen Hecht. Außer das Unwetter, obwohl die haben heute schon wieder scheiß Wetter gemeldet. Ja, ich habe hier, geh bloß weg du Fischdieb, Köderfischchen. Wie gesagt, achtet drauf, wenn ihr Köderfische nehmt, ist frische. Ich nehme immer frische. Aus dem Grunde, erstmal riechen sie besser. Ist natürlicher als eingefrorene. Anködern, damit der gerade im Wasser steht. Einen im Rücken. Und wenn der schön nach unten pendelt, mache ich dann einen Drilling meistens hinten im Nacken. Den Vorteil, den ich dann habe, ich kann sehr schnell anschlagen. Was ich dann gerne schon mal mache. Kleinen Itzken. Von dem Weißfix draufsprühen. Nur aufpassen mit dem Wind. Sonst darf man zu Hause nicht mehr reinkommen. Ja, jetzt beförde ich ihn so weit wie möglich im Teich. Und lasse ihn mit dem Wind quasi durch den Teich treiben. Schön ist da mit dem Wind auch, die Pose, da ist immer Bewegung drin. Der Köderfisch hat immer Bewegung. Er zappelt, jetzt ein bisschen Wellen drauf. So wird dem toten Köderfisch ein bisschen Leben eingehaucht. Oh, da geht er hin. Eher ein Biss. Für toten Köderfisch ist ganz schön lebendig. Da ist einer dabei. Und hier Schnurrschwimmer. Da geht er hin. Ja, hängt. Nur nicht verlieren. Nicht wie gestern. Ja. Torzwoch, hoffte ich. Machen wir ein anderes wie ein ganz großer, wie ein Meterfisch. Aber das ist doch für den Winter, das ist doch gar nicht so verkehrt. Ein Cloudspritzer. Da ist er, der Segelposenhecht. Jetzt passt er natürlich auch super mit dem Wind. Jetzt kommen wir auch ein bisschen raus. Aber, ich weiß nicht, ob der den Biss gesehen hat mit. Der hat zwei, drei Mal gezuckt. Ich habe mal angezogen, weil auch mal so ein kleines Spiel in Köderfisch reinkommt. Und dann, bumms, geht er ab und sitzt. Fisch und Ziel erreicht. Ich bin selig. Nach so viel auf die Ohren. Gestern Unwetter, Sturm und die ganze Scheiß, die wir hatten, Baggerloch, wo man immerhechte fängt. Nix, gestern Flucht vorm Orkan und Gewitter und jetzt endlich, na komm her, ist er da. Ist raus? Ist raus, oder? Ja. Ja, es ist kein Gigant, aber nach allen Kämpfen, die wir jetzt hatten, mit Wetter und alles rundherum an Kapriolen, warmes Wetter, Luftdruck rauf, runter, Nord-Ost-Wind, wir hatten ja von alles. Wir waren von einer Ecke in die anderen Pflichten, damit wir Rückenwind haben für Segelposen. Okay, die Fischerei ist mehrwert für den Herbst, Winter, aber wir wollten es jetzt durchziehen, haben es auch gemacht und haben es auch geschafft. Wir haben einen Fisch gefangen. So, der ist auch ein bisschen zu klein, den ballern wir wieder rein. So, Rute ist raus, Waffen sind scharf. Kleiner Tipp noch, ich habe die Schnur vorher ein bisschen gefettet mit normalem Schnurfett. Von Fliegen, Fischen oder so gibt es nicht jeden Angelgeschäft. Macht immer Sinn. Früher haben wir mal alte Schweineschwarte genommen, aber wie gesagt, mittlerweile gibt es super Spray. Einsprühen oder einschmieren. Weil wichtig auch beim Segelposenangeln ist, dass die Schnur oben bleibt. Weil wenn die Schnur sich irgendwo absackt, in den Kraut hängt, läuft sie nicht mehr runter. Du kommst nicht auf Entfernung. Also wichtig ist immer eben, die Schnur ein bisschen einfetten. Oder schwimmende Schnur nehmen von vornherein, dann funktioniert das auch. Jetzt lege ich die Rute einfach ab. Immer wenn ich merke, dass die Schnur ein bisschen strammer wird, dass er genug Schnur genommen hat, mache ich die Bügel nochmal auf, lasse ihn wieder ein bisschen ziehen, mache den wieder zu. Und so kann ich so peu à peu den Teig in Ruhe absuchen. So, und jetzt heißt es wieder schillen. Hat einer von euch meinen Hund gesehen? Der ist auch wieder weg. Naja, der hat viel anderes zu tun. Aber der ist lieb, der kommt immer wieder zurück. Lass es uns mal wieder gut gehen. Alter, ich habe doch gerade einen Krölerfisch hingelegt. Und wollt ihr mich jetzt verarschen, oder? Leroy? Wasst du das? Näh! Das gibt's doch vor ihm. Das gibt's gar nicht, ey. Das hat er schon mal mit mir gemacht, danach muss ich einparken. Aber zum Glück habe ich noch ein paar, das sei ihm gegönnt. Das ist das Problem beim Angelhund, ey. Mann, Mann, Mann. Da hole ich mir mal einen neuen. Da haben wir ein Biss. Wo ist der denn? Ja. Erst nix. Und jetzt schon der zweite. Aber scheint auch kein Gigant zu sein. Jawohl. Ja, der zweite heute. Größte lässt zu wünschen übrig. Aber wie gesagt, wir haben ja Sommerangelei. Und nach den ganzen Entbehrungen. Schön, dass wir noch zwei Fische gekriegt haben. Aber das Angeln, ne, Leute. Angeln ist Angeln. Und Angeln kann man nicht draufbeschwören. Da sind immer nur Giganten werden. Aber wir haben gefangen. Ziel ist erreicht. So. Vielleicht kommt ja noch ein Dritter dabei. Keine Ahnung. Aber ich bin schon zufrieden mit zwei. Passt auf jeden Fall. Okidoki. So. Fisch verarbeiten und dann geht's weiter. So. Ich bin auch schon mal langsam angefangen mit einpacken. Weil meine Wetter-App hat gerade gepfiffen. Man hat gesagt, es gibt Unwetter in den nächsten 20 Minuten, halbe Stunde. Deshalb wollen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Hier war das mit dabei. Schwierige Tage. Warm. Wetter-Kabriolen. Wir hatten ja von alles dabei. Mussten flüchten. Lustige Aufnahmen. Werdet ihr bestimmt auch sehen. Oder habt ihr bestimmt auch gesehen. Und, äh, ja. Ganz aufgeben tun wir vielleicht noch nicht. Wir warten mal ab, wie das Wetter morgen wird. Ne. Und. Wollen wir mal probieren, dass wir vielleicht morgen noch ein Hecht oder Zander kriegen. Fahren dann mal zu meinem Baggersee, wo ich da gerne angel. Da sind auch schon mal größere Fische. Aber. Ziel ist erst mal erreicht. Wir haben was gefangen. Ich hoffe, bis dahin war es ein schöner Film für euch. Und. Denkt daran. Immer mal Abo klicken. Ganz wichtig. Dass er immer am Draht bleibt. Was wir gerade so treiben. Ja. Ihr haltet mich gerade auch wieder viel zu viel auf. Weil ich muss das ganz schnell packen. Sonst kriege ich gleich einen Arsch nach. Da habe ich keine Lust dran. Gestern hat mir gereicht. Also. Entweder sehen wir uns morgen wieder. Und wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Film. Also. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, heute mal ganz andere Missionen. Nachdem wir die letzten drei Tage richtig auf die Ohren gekriegt haben, haben wir zwei Anführungszeichen kleinen Hechte. Ich meine, das waren schöne Hechte. Da haben wir alles probiert, was geht. Aber jetzt waren die Unwetter. Das Wasser ist ein bisschen abgekühlt. Die Temperatur ist ein bisschen runter. Und jetzt sind wir mal unterwegs mit einem Fireball und Dropshot. Und haben die Segelposen noch hinten. Die lassen wir hinterher treiben. Und probieren mal, ob wir noch ein paar Hechte kriegen. Oder Barsche oder Zander. Hauptsache hat Zähne. Jo. Janimann. Das ist gerade ein schöner Barsch. Denken wir auch. 5,47. Geiler Fisch. Jetzt hat er dir noch einen Haken in den Finger. Richtig abgerockter. Der könnte er schon fast 50 haben. Wunderbar. Der nächste Fisch. Jetzt habe ich einen schönen Barsch. Dropshot auf Köderfisch. Klappt eigentlich immer. Und packen wir den guten mal wieder schnell zurück. Ja, kleinen Hecht. Der ist gerade auf den Fireball eingestiegen. Bisschen Chaos gesorgt hier im Boot. Aber ich schmeiße jetzt schnell wieder rein. Er hätte auch anders enden können. Ja, wir haben Samstag. Wir waren die ganze Woche auf Filmdrehen unterwegs. Wir waren Hornächt angeln. Haben den Segelposenfilm gemacht. Und waren Anfang der Woche unterwegs, um Zanderbodenfilm abzudrehen. Jetzt haben wir Samstag. Wir wollten heute eigentlich einfach ein bisschen privat angeln gehen. Haben uns aber überlegt, wir lassen nochmal die Segelposen ein bisschen hinterm Boot her treiben. Und da hat dieser Zander auf Dropshot an Köderfisch bei mir gewissen. Den setze ich jetzt mal ganz schnell wieder zurück. Wechsle wieder hinter die Kamera. Und schaue, ob wir noch den ein oder anderen Fisch hier ans Band bekommen. So, jetzt sind drei anstrengende Tage rum. Mit ein paar Fische, die wir noch gekriegt haben. Ja, heute auch noch. Hecht, Zanderbarsch, Dribbel voll gemacht. Natürlich schön. So macht das auch wieder Spaß. Entschädigt ein bisschen für die Tage. Die letzten Tage, wo wir erst gelost haben. Auch dann gehört beim Angeln dabei. Einmal schneidern. Dann die zwei schönen Hechte. Mit der Segelpose. Und heute am Boot nochmal hinterher. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was mitgenommen davon. Und abonniert unseren Kanal. Ein paar Tipps und Tricks. Habt auf jeden Fall wieder dabei, wie am Wasser wieder weiterkommt. Ja, wir machen jetzt auch Feierabend. Wir werden jetzt den Samstag Nachmittag genießen. Morgen den Sonntag mal nicht angeln. Oder vielleicht doch mal gucken. Naja, auf jeden Fall. Mir hat es Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen am Wasser zu sein. Ein bisschen Vollgas geben. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Film. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.